Achtung! Achtung! Stavros, Dio! Marina, Guero Ruben. Guero Ruben, der St. Grau, der St. Grau, der St. Grau! Stop! So, und zu unseren Herren, hier zu meiner rechten Seite, alle A-Finalisten, mit dem Blick hier hin zu mir. Alle A-Finalisten, auch der Große, hör mich auf den Segenheim. So langsam hab ich alle. Der Grund dafür ist, wir fahren ohne Ton, weil wir haben einen Taubender Mann, und der kann den höheren Ton nicht hören. Also, um das fair zu machen, für alle, haben wir Marina steht da drüben mit so einer wilden Fahne, und wenn sie runterziehen, ja, und wenn das Ding hochgehen, ist es da. Habt ihr das alle verstanden? Ich denke, ja. Gut. Dann sage ich, bitteschön, erste A-Final, Simson Haltchern, wir gehen racing. Ja, wir haben einen Frühstart von hinten, demjenigen weiß auch ganz genau, wer das war. Ich hätte gern einmal den Stock und Go, sonst hol ich ihn selber raus. Weiß war das blau und krogen farb, jetzt auf der Lage gerade. Einmal den Stock und Go, hier vor der Fahrstatt. So, und fahr'n. Dankeschön. Und Englert gefahren vor der Halbziehe noch in der Front. Man kommt auf zwei, Tiers auf jeden halben. Eins, zwei, drei, durch die Assis. Kommt jetzt hoch zu Andreas Schöp jetzt. Alle zwei vorbei, das ist ein Dankeschön an Andreas. Eben zur Umwegung. Über die Zeitsteiger. Ein, die Assis. Echt, vier Meter. Neben, vier Meter. Du wirst es auch, das ist Lagenkader 1001 und auf dem Fernstuhl. 13.2, letzte Runde von Heidschi. Was kann er diesmal verlieren können? 13.2, 7, noch schneller. Wagt auch 13.6, 13.7 kann. Schrecklich, aber jetzt hier von Heidschi. Hat ein bisschen Platz verloren hier. 13.6, dann fahre ich auch, 13.6. Also, ich denke, die zur Rundenzeit. Ein, zwei Meter, jetzt für die Lagenkader oder Brack Race. A-Finalen. Heidann, klopft da natürlich hier bei Backdorf. Das sind die jetzt ein bisschen nervöser machen. Ja, Backdorf, alter Nase. Da war eine kleine Lücke. Heidann, du warst. Du hast ihn geredet. Dankeschön. So ist es erst mal, wenn es vorbei ist, dann richtig. Nicht bei Bremen, das geht nicht. Die Lücke war da, ja, aber nicht groß genug. Also, nochmal in Backdorf ein bisschen in den Zillenloch. Vorne fährt er, wird wieder Heidschi. Hat jetzt ein bisschen in die Luft gegeben, um sein Glückwunsch einzukommen. Und Backdorf 2, weiß noch was auch so. Heidann, zieht er, ist der Juk-Jokster. Direkt dahinter. Müssen wir zu tun, hier in der Alkohase, hier ein bisschen in den Fehler einbauen. Zweieinhalb Minuten haben wir, zweieinhalb bisschen auch. Halbzeit. Backdorf bei der Feder, fehlst du in die Aktion rein. Okay, wir müssen ganz schnell unter den Tippie. Das ist so für andere Hände, andere Hände. Ja, andere Hände, genau. Ja, das war es, der Backdorf. Das ist Gefahr, der Lauf. Das lohnt sich, Olli, gerne. Genau. Das gibt Lust zu her. Ja, Sommer, der Sommer ist gut, plötzlich auf Platz 3. Wow, jetzt gehen wir jetzt hier noch auf die Fernebeine. Schäden die längsten, wie das normalerweise hängt. Der Sommer ist noch 3. Robert, kommt vorhin, nie mehr dahinter. So, jetzt haben wir Heidschi vorne. Heidann, Tierisch auf die 2. Lackt auf Flakky auf den 2. Platz jetzt. Und wir bezielen es, dann ist auch. Patti sagt, ach, vorhin wir gerade innen fahren. Wir gerade innen fahren, innen fahren, innen fahren, innen fahren, innen fahren, innen fahren. Und es ist fein. Autsch, Patti, jetzt nochmal ist jetzt auf die 2 vorgefahren. Weil Heidschi ist mit dem 5. Finger dabei. Der ist sogar noch einer, Holger. Heidschi ist auf die 4. Ah, jetzt ist er wieder um 3 vorgefahren. Wenn er Robert das gewusst, dass er in Ritter wurde, hätte er dann Platz gegen gegeben. Und wir haben immer noch die Heidschi, die Führung. Heidschi auf 2. Tierisch auf 3. Romer auf die 4. Werner auf 5. Wir haben Julius auf die 6. Und Marcel auf 7. Andreas Schött auf 8. Ahlshof auf 9. Wackdorf auf 10. Letzten Läuf, letzte Nürn. Wir haben noch die Heidschi auf 1. Son auf 2. Heidschi ist auf 3. Robert Koppfer auf 4. Son auf 1. Vorher. Nee. Vorher. Einmal. 20 Sekunden dauert. Und Palisoma auf 2. Aber Heidschi ist direkt hinter ihm. Jetzt geht es eigentlich mal hier. 2, 3, 2. Und du mal. Dankeschön. Du, ich esse es. Bani unterbrunnen von Jungs. Sie sind sehr, sehr hart zurückgearbeitet. Jetzt oben sind wir wieder hier in Palisoma unterbrunnen. Masterclock sagt 1 Sekunde. Wer kommt noch mit Palisoma und Heidert Thiersen sind fertig. Die sind so nötigbar, der passerer nicht mehr als Einzigerfeld ist Jungs und Heidschi. Heidschi ist auch noch nicht. Nur Jungs Schäferfeld wird sind alle fertig. Wir wollen hat Heidert Henrik Heids. Palisoma auf 2. Thiershof 3. Streng ist gesperrt. Streng ist gesperrt. Körshof 3. Schäferfeld. Schäferfeld. Vielen Dank.